Ziegen, die wir abziehen können. Der Feind greift hier oben mal wieder an. So, das heißt eigentlich haben wir hier alles gesichert. Ihr habt kein Holz mehr, also geht ihr hier Holzhacken. Da war eine Goldmine noch. Und dann könnten wir theoretisch hier dann durchdringen. So, hier ist alles abgebaut, also reiß ich dich mal ein. Und tu erst einmal das Dorfzentrum hier besetzen, sobald ich genug Holz habe. Das könnte eine Weile dauern, bis ich das Holz wie das Dorfzentrum habe. Aber macht ja nicht so viel aus. Und ganz ehrlich, euch beide stelle ich mal auf defensiv. Hier tut mir hier den Graben bewachen. Die da muss ich jetzt nicht unbedingt ständig verfolgen. So, könnten wir theoretisch, nein, können wir nicht, weil wir nicht genug Gold haben. Um jetzt nächste Zeitalter voranzuschreiten. Komm, noch ein bisschen Holz. Ich kann das Dorfzentrum noch nicht bauen, weil ich nicht im nächsten Zeitalter bin. Okay, dann eben anders bauen wir hier ein Lagerhaus, bauen das Gold ab. Und das Gold wird von Tuxoti bewacht. Wie nett. So, Goldabbau ist gewährleistet. So, erstmal noch die Bronze-Verbesserung. Und dann können wir jetzt nächste Zeit voranschreiten. Noch zwei Häuser. Eine Reliquie. Okay. Reliquien sind ein Fall für unsere Helden. Also nehme ich die beiden mal. Vor allem, weil da eine Hydra ist. Und ich sollte mal meine Triremen verbessern, was ich nicht kann. Aber ich kann meine Fischerkutter verbessern, was sinnlos ist im Augenblick. Ich sollte ins nächste Zeitalter voranschreiten. Wieder mit Jodysos. Und sollte lieber noch zwei Triremen hier hinschaffen zum Schuss. So, jetzt die Hydra loswerden. Äh, die Medusa. Oh, und Troja hat auch Dionysos gewählt. Okay. So, wo ist mein Pegasus? Hier. Dann wirst du mal in die Richtung aufklären. Was macht denn diese Amboss des Hephaistos? Die Kosten für Weiterentwicklung in der Waffenkammer sind geringer. Wow. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ne. Wenn ich die in meinen Tempel bringe. Weil im Gegensatz zu Age of Empires 2, wer es noch kennt, bringen Reliquien nicht nur keinen Goldbonus. Obwohl, ich glaube, die bringen sogar auch einen Goldbonus. Aber sie bringen auch andere Boni, wie jetzt zum Beispiel göttlicher Zauberbrauch. Ach du meine Güte, das ist nicht so gut. Ich brauche auf jeden Fall an der Front noch mehr Einheiten. So, wir haben die das nächste Zeitdata erreicht. Das heißt, wir könnten da ein Dorfzentrum hinstellen. Okay, Trojas Bronze bringt nicht mehr sehr viel. Und ich merke gerade, wir haben unsere Belagerungswaffe verloren. Gut. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir dann hier dicht machen. Mit einer Mauer. Die könnte ich theoretisch auch nochmal verbessern. Aber erstmal sollte ich die Schießanlage, die Türme verbessern. Und mehr Truppen nachziehen, wäre auch keine schlechte Idee. Übrigens, Zeus ist der Einzige, der 200 Gunst ansammeln kann. Weil sich jemand wundert, warum der Blitz jetzt auf einmal gelb ist. So, ich könnte die Lebenspunkte von Einheiten erhöhen. Das ist keine schlechte Idee. Und dann gehe ich mal wieder durch Zeus wieder nach hier. So, ich denke mal, Goldprobleme haben wir nicht mehr so schnell. Zur Not können wir das hier dann noch angraben. Oder die riesige Goldmine hier im Tal. Naja, sie kriegen noch von hier aus, ähm, der Marktplatz hier versorgt sie noch. Weil wahrscheinlich dort irgendwo in der Richtung noch ein Dorfzentrum ist. Okay. Mein Arme, einer Arbeitslose, der kann jetzt genau an dieser Stelle hier eine Festung errichten. Dann schicken wir die ein bisschen weiter nach vorne. Und ich bin dafür, dass ich mal meine Geschützschiffe verbessere. Jo. Auf dem Seeweg werden wir auch immer wieder mal ein bisschen angegriffen. Da wäre es besser, wenn wir bessere Geschützschiffe hätten. Und ja, genau 10% weniger kosten jetzt die Verbesserungen. Deswegen Brosse-Panzer, nein, erst Brosse-Waffen. Und vielleicht zwei Hü drin, da wir, ach, da ist ja unser Elipolis gelandet, okay. Also ja, ich schätze mal, da hinten ist irgendwo ein Dorfzentrum noch. Aber ich denke mal, das können wir getrost ignorieren, so. Das wird wahrscheinlich das Dorfzentrum von den Lilanen sein. Gucken wir mal kurz in die Diplomatie. Ach, da können wir nur uns sehen. Auch gut. Weil es gibt ja hier noch den Lilanen Spieler. Ja, genau, den hier. Jo. Zykos, die sind mit Troja verbündet. Na, komm, lass den Speer ruhig durch. So, ich könnte jetzt hin und verbess... ...bauen, damit verbessere ich schon mal... ...alle meine Einheiten. So, das heißt, wenn ich hier die Festung baue und hier eine Mauer ziehe, dürften die fast nicht mehr durchkommen. So, jetzt kann ich die Waffen verbessern. Und auch gleich die Rüstungen. Sichtweite habe ich schon verbessert. Sehr schön. Siehendes Öl wäre auch nicht schlecht. Und ja, eigentlich noch die besseren Rohstoff-Abbau-Sachen, aber... ...grad bei Nahrung ist das sowas von unnötig, wie man sieht, so viel wie wir haben. Eher hauptsächlich bei Gold. Und dann später auch bei Holz. So. Wir haben... ...ne Festung gebaut. Dort könnten wir Herakles... Ach ja, noch mehr Helden wäre nicht schlecht. Aber die können wir auch im Dorfzentrum anheuern. Welchen Helden unterstützt eigentlich... Oh ja, Odysseus könnten wir klassischen, aber Odysseus haben wir ja als Kampagnenhelden. Deswegen können wir keinen zweiten Odysseus rufen. So, da ist Jason. Und dann kriegen wir noch den Herakles. Mit der dicken Keule. So, das heißt, unsere Bemühungen gehen hauptsächlich jetzt auf Einheitenverbesserungen. Ich könnte theoretisch noch die Mauern verbessern, aber nö. Ich ziehe jetzt mal meine Armeen hier oben zusammen. Weil hier sind wir ja eigentlich einigermaßen jetzt geschützt. Und da ist Herakles mit der Keule, auch wenn er hier mit dem Schwert abgebildet ist. Und ja, jetzt sehen wir in Hobliten endlich mal ordentlich aus. Jetzt kann ich noch da das Schild verbessern, dass ihre Mini-Schildchen hier auch noch ein bisschen besser aussehen. Ja, das finde ich eigentlich sehr schön für das alte Spiel. Sie haben sich sehr in die Details vertieft. Also es ist sehr detailreich geworden. Oh. Kann ich euch gleich mal zeigen, wenn der Schiffangriff vorbei ist. Seht ihr, die Schilder haben sich ein bisschen verändert, sind ein bisschen größer geworden. Im Zweifel immer größere Schilder. So. Ich könnte mein Dorfzentrum noch verbessern. Oder halt mal allgemein die Stabilität von Gebäuden. So. Oh, hier kann ich nicht fertig bauen. Das ist schade. Aber das ist auch egal. Ich baue jetzt noch hier zwei Türmchen hin und dann bin ich sicher. Dann kann ich mich meine Armeen hier oben sammeln. Oh, mittlere Toxoti. Die sollte ich auch mal upgraden. Und eigentlich sollte ich noch das Holz upgrade hier erforschen. Weil Holz ist auch gerade wieder Mangelware. Lege. Etimus. Und ich sollte vielleicht mindestens noch eine Trierräme bauen. Weil mindestens eine wird beim nächsten Angriff wegsterben. So, jetzt sind auch meine Toxoti mittlerweile lila. nicht mehr orange äh oder bronze farben. Habe ich lila gesagt? Ich meinte silbern. So, das heißt vielleicht noch ein paar mythische Einheiten. Und da ist mir jetzt mein Gold ausgegangen. Also warte ich mal mit Toxoti und baue lieber die Schwierigkeit von Belagerungswaffen erhöhen. Und das wäre eigentlich auch gar keine so schlechte Idee. Ich könnte die beiden Verbesserungen mal machen. Die kosten nämlich nur Nahrung. Und Nahrung habe ich eh viel zu viel im Überschuss. Ich könnte auch zum Beispiel endlich mal die Fischkutter verbessern. oder noch einen Fischkutter holen. Das ist billiger. Wie sieht's hier aus? Hier sieht eigentlich alles in Ordnung aus soweit. Wie viel kostet noch ein Turm? Nochmal 100 Gold. So. Ja. Die sind garstig. Die knurren auch so böse. Und ja Kavallerie damit bemühe ich mich eigentlich fast nie wirklich muss ich zugeben. Gerade später wenn wir die anderen Völker auch spielen werde ich nicht so so sehr auf Kavallerie gehen. Und man merkt eigentlich ich habe bei den Griechen auch hauptsächlich den Schwerpunkt auf Toxoti und auf Toxote und Hopliden. gut das heißt nochmal fünf von jedem Fischer Kutter die ich wollte ja nicht hier unten hinschicken und da hat mir schnauzgerechnet dass meine Bevölkerung nicht ausreichen wird. Stop! Stop!